Ey, mach mal einen fetten Applaus für Jordans Pickel über seinen Bart, Alter, ja? Der Typ hat einen Pickel über seinen Bart bekommen, wie geht das denn hier, ja? Es gibt so ein Lied, ne, das, äh, ich weiß nicht, wie das heißt, aber das macht so komische Geräusche und so coole, so, wisst ihr, so actionreich, wisst ihr? Ey, 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 Bruder, ja komm, komm, reicht, ey, 39 Stück, Alter, ja komm doch, Junge, reicht doch, was bringt das, Junge, okay, ey, wir spielen heute nach langer, langer Zeit wieder, danke für alle Subs, ey, Chat, sag ehrlich, was sagst du zu meiner Frisur, ja? Wisst ihr, wenn ich wachse, aber egal, ey, haben wir einen Kamm hier? Nein, ich werde nur Dinge, Alter, ich hab das auch schon für sich. Ey, halb schon, da wird es ist... Hab ich den Weg getot? Oh, ich meine, 304 hat, hier hat nix in ihm, und er kriegt 29, also geschenk. Oder wir müssen ja erstmal das Kipp und Zeit aufbauen. Jordan! 777 Jahre. Chat, dank für die Subs, ja, ich bin heute ein bisschen aufgeregt, ja. Hey, 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 Seife! Ist Seife! Ne, Freunde, wir haben heute sogar die große Slip & Slide-Anlage geholt. Ey, das haben wir lange nicht mehr hier drin gehabt, ne. Wir werden fliegen! Wir werden fliegen! K.A.Y.Nix 2807 hat 20 Subs an die Kombiode Dingerstelle. 20... Ey! Du kleine Granate! Ey, wie heißt der? Wie heißt der? Boah, Bruder, ich möchte ein Bild von dir. Ich möchte nicht über meinen Schreibtisch hängen, ja? Boah, was ist das denn da? Ey, ey, ey! Shit! Ey, noch neun Stück, Freunde! Neun Stück! Schreiben! Schreiben! Ey! Bruder! Durch Zeit geht's mehr, ja? Vertrauen wir doch mal, Bruder! Wir müssen, äh... Das musst du vertrauen, Bruder! Okay, Chat! Slip and Slide ist fertig! Einmal los! Ey, was ist denn los heute mit euch, Freunde, Alter? Hör doch auf, Bruder! Warum machst du das immer, Junge, ja? Wer hat dich beleidigt, wer hat dir... Ey! Ahhhh! Ahhhhhh! Ich wach doch zu dir! 200.000 Abonnenten! Ähhhhhhh! Warte, 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 warte! Das geht nicht! Das geht nicht! Das geht nicht! Was ist das? Was ist das? Einstieg! Das geht doch nicht! Ey, wir brechen noch unseren Rekord heute! Jindroble! 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 Freunde, wir sind seit knapp 10 Monaten dabei und wir haben so ein riesen Ding mit euch zusammen aufgebaut und das ist so genial. Warum weinst du? Boah, bitte ja! Wir spielen doch da drauf! Oh mein Gott! Chat, ja! So geil! Natürlich, damit wir uns nicht streiten, haben wir wirklich einen aus Indonesien einfliegen lassen, Freunde! Einen Applaus für... Cornelio! Hey, meine lieben Freunde! Warte, du kannst das doch ohne dieses Wasser! Mach mal! Leiner, ohne Wasser! Kennst du keine... Du hast hier... Das ist mit Wasser. Ah, okay. Dann bin ich leider scheiß drauf. Einen wunderschönen guten Tag! Boah! Weiß das nicht! Boah! Sei doch mal leise! Ey, ich mach eine Sekunde, ich hab ein großer Ball! Halt doch mal! Ich schnappe! Halt doch mal! Auf dem Zeichen, Paragraph! Fußball! Slip and Slide! Wir spielen! Bis! Bis sechs! Okay, bis sechs! Dann gucken wir, wie es so ist! Ob es zu lange dauert oder nicht! Mach mal den Stuhl zur Seite, Junge, ja! Wie denn? Der macht den Kraft da rein! Ich hab das nicht mal berührt! Der Stuhl, Junge! Der hat sogar ganz allein gemacht! Ich hab nix berührt, Junge, ja! Boah, ey! Auch ein gutes FIFA-Match, ja! Ja! Seid ihr ready? Ja! Drei, zwei, eins! Junge! Mein Kreuzpantriss! Was denn? Ich schwöre, mein Kreuzpantriss, ja! Drei, zwei, eins! Oh mein Gott! Kommt das schon! Hey, hey! Was machst du denn? Warte! Ich muss Anfall fällen! Jetzt fang und da fängt er an! Du laufst, dann machst du's so! Ja, was willst du machen? Ah! Das chattest du gegen mich, Junge! Oh! 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 10 Jahren! Oh! Warum sind die fette Leute immer so? Ich hab zum Chatt da oben aus! Mama, das ist da sauber kurz! Oh! Chatt! Ey! Ah! Ah! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ich schwöre, meine Lämpfebelsäule! Dreh gerade! Meine Lämpfebelsäule, ja! Das ist ein Steißbein, Bruder! Das ist meine Lämpfebelsäule, ja! Oh! Der war drin! Der war drin, Junge! Oh mein Gott, ja! Oh mein Gott! 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 Hey, das darf ich auch, Junge! Wer ist da reingegangen? Shit, das darf ich auch! Samuel! Hey, Schiri! Hat gezählt! Er hat sich selbst abgelenkt! Ohne Sinn! Deswegen... 4-1! Kannst du auch nachdenken? Fast! Fast! Ich hab dich reingemacht, Bruder! Ja! So, let's go! Let's go! 5-1! Mit einem Matchpoint! Der war drin! Ey! Hab ich gewonnen! Die erste Runde geht an den lieben Sammy! Macht euch keine Sorgen, Freunde! Die erste Halbzeit, da kann man immer lachen! Da kann man gute Laune haben! Macht euch keine Sorgen um mich, ja? Ey! Sorgen für die Qualität, Freunde! Mann, das war... Das war echt kein guter, äh... Weißt du, was wir jetzt immer machen? Die Leute, die sucken, kommen im nächsten Stream an die Wand! Ja, wenn wir das nicht vergessen! Von jetzt an! Die Mods müssen aufpassen! Haben wir 5 Minuten Zeit! Die Leute, die in diesen 5 Minuten sucken, sollen uns ein Bild schicken oder Karte verflüstern Wieso haben wir 5 Autos gewonnen? Wir können nicht schon ein Stück rausnehmen! Doch, doch! Das schaffen wir, Bruder! Weißt du? Ich will alle an der Wand haben, alle! Ich liebe alle einzeln! Jeder, der subbt, kommt am nächsten Stream immer an die Wand! Ich schwör auf alles! High-Fifen direkt danach die Handspringen! Ey! Ihr seid so geil! Der nächste! Der nächste! Ey! Alle mit Vorarbeiterhüten hier, ja? Und der nächste! Herr Kollege hier! Dann meinstrede 1-7-0-7, hat gerade abrund ing Adventure! Ja, steck doch! 1-7-Monate ... Und dieまだ organelles procesCenter Give me an die ouren Gast! Ey Bruder! Gleich hängen hier 80 Bilder in der Wand, Ballgel escrito! Mann, das ist doch Manipulation hier! Ich kenn das nicht mehr! Ich kenn das nicht mehr! Ich kenn das nicht mehr! St.o.c.a.i. 61 giftet Itu und 2. D Era 1 so du ... Und der nächste Community. Hey, jetzt geht weiter, jetzt gehts weiter. Hey Bruder, hey, kein Spaß, ne? Guck mal. Pause. Ich hab mir in die Hose gekackt. Mein Blinddarm ist raus. Was denn? Ich hab mir in die Hose gekackt, Bruder. Ich hab mir in die Hose gekackt. Weißt du, was es auch dafür gibt? Genau für solche Fälle hab ich auch die schwarze Karte am Start. Was ist das denn? Das ist genau für solche Fälle, ne? Wenn man sich in die Hose kackt, dann krieg ich die schwarze Karte. Ich hab schon vorbereitet bei uns, Freunde. Guck mal leicht auf meinen Bauch. Ehrlich. Guck mal leicht auf meinen Bauch. Oder drück auf meinen Arsch, dass ich wieder reingehe. Leicht, nur drücken, Bruder. Let's go. Oder ich kack mich gleich in meinen Mund vor mein Tal. Arsch auf. Semiabal. Der und Kling. Ah, du musst rüber, du musst rüber. Du sprichst auf mich, du fette Schwein. Ey, ich schubst him. Ahhhhhhhhhh. Ey, dafür gibt's jetzt eine Karte. Dafür gibt's die gelbe Karte. Gelbe Karte. Ich mach jetzt mal was Sammy immer macht, was mach ich denn? Hey, ich fliege weiter! Oh mein Gott, Cass, oh mein Gott! Jordan, ich fliege weiter! Ich fliege weiter! Ball ist noch an der Linie, Jordan, es geht weiter! Warte, warte, warte! Faaaack! Schönes Tor! 2 zu 1 für Jordan! Weini Tor! Alter, das ist rutschig, pass auf! Wie siehst du überhaupt aus mit deinen Augenbrauen? Guck mal, was du machst die ganze Zeit, Bruder! Spiel doch mal für lustig! Er spielt für lustig! Du darfst das, du darfst das theoretisch! Er spricht weh ein! Keine Ahnung, was für ein Mensch! Wie hier und wer! Hey, drei Steiche Jordan! Ei! Sammy, bist du ready? Hamza unterstrich 52 Gramm hat 25 Saps an die Kompromiss... Hamza! Ey! Hamza! Nein! Hamza! Wo ist der Ball, Hamza? Du musst mir jetzt helfen, Bruder! Ja, dann mach ich halt! Wo liegt der Ball genau? Da! Hier oder dahinter? Da! Wo liegt der Ball denn, du Ochsen? Da! Hamza unterstrich 52 Gramm hat der KPLN ein Sub geschenkt! Da! Da! Ja! Da! 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 Der leg dich immer auf die… Ey! Fall doch runter! Wie soll ich denn da sich fach hin? Boah! Mein Gott! Er sagt, ich leg mich auf Pona auf! Dreh mich bei den Ball! 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 Nein! Ey, warte, warte, warte! Ich schwöre, Alter! Golden Goal! Kingler war gerade abonniert. Ey, nein, ziel nicht! Ey, du hast den Wickel gemacht! Ich hab dir hundertmal gesagt, nicht sofort vom Dahl schießen! Das ist ein Zunger, das ist ein Zunger! Nein, Sammy, du hast mal! Ich weiß auch nicht, wo er das hat. Okay, bist du ein Mann, bist du mir trotzdem nicht. Nein, bin ich nicht. Okay, fertig. Jetzt sag mir nicht, ich hab geschossen! Jetzt sag mir nicht, ich hab geschossen! Ich hab dich nicht mal berührt! Das wäre egal, ich war! Das Ding ist, hätte ich das nicht mal gesagt, ich hätte gesagt, wir können das ausdiskutieren. Aber bei dir hab ich schon gesagt, bei Sammy hab ich sogar schon gesagt, es ist bei dir genauso, was? Ey, Sammy chill, er muss doch erstmal den Ball berühren! Renn doch nicht drauf! Auf! 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 Das ist der Ball! Elfmeter! Schiedsrichter! Es war aus! Warum Elfmeter? Es war aus! Ich schwöre, das ist das größte, ich finde mein Event, Bruder! Wie weiter? Darf Eisson, ich drehe dich noch weiter? Für diese Schweine sollte es sogar eine rote Karte geben! Keine Diskussion! Ah! Ey! Nein! 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 Das ist nicht schlecht! Eigenton, der war drin! Ich hab's gesehen! Der war drin! Ich hab's gesehen! Der war drin! Ich bin der dumme Beispiel auf der Seite! Eigentore passieren, meine lieben Freunde! 25 Subs an die Community! Hamza! Hamza! Geh! Hamza! Hamza! Bruder hör doch auf Hamza! Du kriegst dir auch dumme Gedanken! Ey! Wir singen! Hamza! Hamza! Wir singen! Ich sag! Hamza! 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 Ey! Die Runde geht an Jordan! Das heißt 1-1! Wir kommen zum finalen Match! Finale geht bis 3! Es geht los! Was? Ja! Nein! Nein! Oh, Jakob! Ja, der war noch auf der Liede! Komm jetzt! Eigentor, meine lieben Freunde! Das heißt 2-1 Sammy Jackson! Mach Lauf! 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 Einfach! Ganz easy! Chat, ganz easy! 2-2 Finale bis 4 oder nicht? Stöckelt sich hoch bis 4! Verlängerung auf 4! Verlängerung auf 4! Verlängerung auf 4! Pfeifen einfach! Pfeifen einfach! Schnelle Aktion! Ah! Chat! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Da gibts die rote Karte! Ey! Da gibts die rote Karte! Ey! Lüg dich, Bruder! Oh mein Gott! Ah! 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 Damit du es noch einmal siehst und erkennst, ne? Ey! Was heißt das denn? Heißt das? Wir machen keinen Spaß! Er fehlt da irgendwas! Er fehlt da irgendwas! Gibt einen Spaß! Abonnier! Ich zieh auch! Dann bist du der Beste! War kein Vollstreibender, ja? Ja! Nee! Bruder! Wissen Sie? Nein! Er hat nen Karate-Kit gemacht, Junge! Soll ich dir mal Karate zeigen, Bruder? Hey! Aus! Semi-Hack! Komm mal in den Ball, Bruder! Alles nichts gezwungen! Ah! Schöner Versuch! War nie! Oh, wird das Wasser kalt! Also! Ha! Was ist los? Ohohohohohohohohohohoho! zyć Boah! Schöne, Versuch an! Cong! Ah! 提guut, На Sie! Was ist das denn? Tami! Was war das? Tami! Mein Gott! Du dummes Dummschismann. Was war das? Fass doch einfach nix an! Was ist denn dein beschissen Drecksleben von da? Ey, das löschte die ganze Zeit. Hallo? Ah! Was ist denn das? John Toll! Toll! Was machst du denn? Was ist das denn für ein Endresultat? Ey, warte! John! Ey, ey, ey! Ey, ey, ey! Ey, du kommst von alles, Junge! Was ist das hier, Bruder? Ey, da ist Wasser in die Elektronik reingekommen. Warum machst du das? Ey, ich bekomm vor allem, dass der das probiert oder so. Warum macht der das, Dude? Mein Gott! Hey! Ey, warum bist du das? Ich kann nicht, ich kann nicht! Ey, warum tut das denn? Das ist das gar nicht! Ey, ich hab wirklich Angst dran, ne? Ey, ich hab wirklich Angst dran, ne? Ey, ich hab wirklich Angst dran! Ah! Ey! Was hast du gemacht? Ah! Wie das passiert, wir haben kaputt gemacht, Bruder! Nein, 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 nein! Freunde! Falls irgendwas passieren sollte, mein Name ist John Almani. Ihr seid die beste Community! Halt doch mal nicht, ich will mich doch verabschieden, Junge, ja! Und ich nicht! Jeder soll sich einfach verabschieden! Tschüss, Freunde! Ey, Chad! Ich hab grad Angst, ja? Wir sehen uns! Meine Damen und Herren, Ladies and Gentlemen, ich liebe euch! Wenn irgendwas sein sollte, sagt meinen Namen! Ich liebe fette Omas, klärt mir eine Oma! Sag mein Vater, ich liebe den! Ich geh jetzt runter! John! Genau der, in den rein! Komm, komm jetzt zur Seite! Warte, warte! Ey! 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 Ey!